Hi, ich bin wieder heute am Rhein. Ich werde versuchen, Friedfische heute zu fangen, auf Mais und auf Wurm. Linke Rute habe ich schon mit Mais ausgeworfen und rechte mit Wurm. Mal sehen, was heute beißen wird, tolles Wetter, aber ganz schön lindisch. Hier wird man Barsami. So, okay, schon fast fliegt weg. Aber es ist okay. Wetter ist so gut. Super. Okay, mal sehen, was heute passiert, wie gesagt. Es ist gleich, warten wir auf irgendeine Fische. So, Mais. Und wieder rein. Wieder rein. In der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann bis irgendwann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.